Hey Leute, vor meiner Haustür hauen sich die Nachbarskinder die Schnauze ein. Das soll mir jetzt aber egal sein, es ist laut, aber ich nehme jetzt trotzdem auf. Willkommen zurück in Minecraft mit der schlechtesten Einleitung, die wir seit langem hatten. Da oben muss ich noch ein bisschen fixen, sehe ich gerade. Das könnten wir heute zum Beispiel tun, aber ich will auch heute hier die Lava einbauen, beziehungsweise hier ein bisschen weiterbauen. Außerdem will ich hier mich nach unten graben und ich will auch noch in den Dschungel gehen. Das ist definitiv zu viel für diese wenigen Folgen, die ich bis jetzt zur Verfügung habe und deswegen muss ich mir jetzt erstmal überlegen, was wir machen. Habe ich denn schon alles eingestellt? Ja. Ich kann euch nur den Magic Launcher empfehlen. Ich glaube, da mache ich mal ein extra Tutorial wieder für, weil der Magic Launcher, der kann einfach so viel. Das ist richtig gut. Wir sind jetzt auch hier in der 1.2.4. Dieser Raum sieht einfach geil aus. Optifine ist auch schon wieder da, in der Preview-Version. Die ist noch ein bisschen verbuggt, nehme ich an, aber Hauptsache Minecraft ist schneller. Und wir haben auch wieder unsere Connected Textures. Um gleich mal auf eine Sache einzugehen, die jetzt gleich wieder die Kommentare fluten wird. Ich werde wieder oft gefragt, willst du nicht mal mit Texture Pack spielen? Wir könnten mal da drüben wieder abgrasen. Das heißt, da tut sich ja auch nichts. Willst du nicht mal mit Texture Pack spielen? Und ich muss sagen, ja, ich würde sehr gerne mit Texture Pack spielen. Allerdings warte ich auf ein ganz bestimmtes Texture Pack. Und ihr wisst auch schon auf welches. Und zwar auf das von Honeyball. Das Texture Pack hat mich einfach sowas von ans Herz geschlossen. Vor allem ihre Grastexturen, dass ich eigentlich nicht mit einem anderen Texture Pack spielen will. Solange nicht das von ihr verfügbar ist. Ich weiß von dem Texture Pack Janina Kraft. Janina Kraft, das hört sich so ein bisschen schwul an, wenn ich das so ausspreche. Janina Kraft. Und ich finde es auch relativ gut, aber ich weiß nicht. Standard Texturen oder Honeyball. Ich habe mich einfach daran gewöhnt. Und ich will mich jetzt eigentlich nicht umgewöhnen. Was ich definitiv nicht machen würde, das kann ich jetzt schon mal sagen, ist, dass ich mit einem dieser Möchtegern HD-Packs sowas wie... Boah, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Diese 32x32 Texturen Packages mit Originaltexturen. Weil die sehen meiner Meinung nach allesamt, keine Schimpfwörter in Let's Plays, beschränkt aus. Sehr beschränkt. Also mir gefallen sie überhaupt nicht. Na, geil. Darf ich? Sehr gut. Und so kommt man übrigens zu seinem Sand. Also ich weiß nicht, ich kann mich mit denen einfach überhaupt nicht anfreunden, weil die sehen für mich einfach... Nein, die sehen nicht gut aus. Die gefallen mir einfach überhaupt nicht. Also respektiert bitte meine Entscheidung, dass ich momentan einfach ohne Texturen spiele. Auch wenn ich für mich selber nichts dagegen hätte, wenn ich jetzt inzwischen... Oh, oh. Okay. Wenn ich jetzt inzwischen so langsam mal wieder Texturen reinmachen konnte. Ist auch schon länger her, dass ich selber mit Texturen gespielt habe. Und ich vermisse das irgendwo natürlich auch ein bisschen. Wir kleiden jetzt hier die Wand aus. Hopp und hepp. Und, oh Gott, hier müssen wir auch noch mehr auskleiden, damit wir hier nachher ordentlich mit Lava spielen können. Übrigens diese Idee, dass ich hier Lava aus der Wand rauskommen lasse. Also hier wird nachher so Lava rauskommen und sich hier sammeln. Ich habe mir auch überlegt, ob wir so Glasbände hier reinziehen sollen, aber das sieht wahrscheinlich nicht gut aus. Die Idee habe ich übrigens von einem Abonnenten. Der hat mir eine komplette Map-Version gebaut, beziehungsweise hier so gezeigt. In einem Video, glaube ich. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das ist schon länger her, wie man das machen könnte. Und ich habe dann gedacht, die Idee können wir so übernehmen. Habe dann alles über den Haufen geworfen, aber diese Idee mit der Lava, die stammt tatsächlich von ihm. Also sei gegrüßt, du, ich habe kein Glas mehr. Verdammt. Okay, dann gehen wir schnell hoch, holen uns ein neues Glas. Und dann muss ich auch mal wieder mein Inventar aufräumen. Wird mal wieder Zeit. Ich habe gerade hier wunderschönen Rayman aufgenommen. Rayman ist auch ein klasse Spiel. Könnt ihr auch ruhig mal angucken hier. Ihr Minecraft-süchtigen Menschen. Nicht immer nur bei Minecraft reinschalten. Ich sehe das ganz genau bei den Views hier. Ich kann ja verstehen, dass die Minecraft möglich mag es ja auch. Aber trotzdem, kann doch nicht angehen, dass Rayman nicht geguckt wird. Rayman ist episch. Rayman ist wunderschön. Wunderschön. Oha. Und ich habe mir einen Knochen gebrochen. Hm. Und ich merke gerade schon wieder, was für einen verschiedenen Kommentarstil das benötigt. Hier kann ich einfach drauf loslabern und mir die Knochen brechen ohne Ende und drauf los und lauter und schneller und mehr und was weiß ich was. Und in Rayman, da muss ich mich voll zurückhalten, weil ich mich aufs Spiel konzentrieren muss. Hier könnten wir schon mal Half-Steps machen. Das machen wir jetzt auch als nächstes, weil hierfür brauche ich ja Obsidian und dafür brauche ich Lava. Und die Lava, da weiß ich auch schon, wo wir sie hernehmen. Und zwar von unserem Nachbargrundstück. Nachbargrundstück, erinnert ihr euch ja, dass wir da drüben einen Lavasee haben? Moment, ich laufe mal schnell hin, weil ich muss eh in die Richtung. Dankeschön. Komm. Komm. Da draußen. Moment, ich kriege es noch hin. Da. Hier. Diesen Lavasee. Und da habe ich eigentlich vor, eine Tierfarm hinzusetzen, weil das so wunderschön zentral von unserer Hütte hier aus ist und man da wunderschön so eine kleine Farm hinsetzen könnte. Nur Tierfarm, Holz, Känste, Lava brennt. Und deswegen werden wir die Lava einfach nicht wegschmeißen. Das war ja Verschwendung. Es ist ja nicht so, dass es in der Hölle genug Lava gibt, sondern wir nehmen die Lava mit und packen sie hier unten, also da beim Höllentor eben, wo ich gerade war, hin. Und ich glaube, das macht sich dann dort relativ gut. So, das sollte jetzt auch kommen. Wir sind heute großzügig und hauen hier gleich mal 30 Half-Steps raus. Auch diese Treppen werden wir natürlich alles noch aus guten, starken Treppen machen und so weiter. Also da seid beruhigt. Es gibt jetzt auch in der 1.2.4 verschiedene Arten von Woodenblanks, was ich sehr geil finde. Auch wenn ich trotzdem wahrscheinlich die meiste Zeit mit den normalen arbeiten werde. Und hier habe ich auch eine Idee. Das mit dem Holz, das werden wir auch noch ändern. Da habe ich, das machen wir jetzt auch noch gleich, bevor ich mich aufmache. Gän, und jetzt kommt's, Gän, ich habe den Satz vergessen, nein, Gän Urwald. Richtig, wir werden heute in den Urwald laufen, Leute. Wie mache ich das jetzt hier am besten, wenn ich hier Double Steps hinbaue? Zack. Genau, und dann kann ich nämlich hier immer 1. Genau so war es, glaube ich, auch gedacht von mir. Oh ja, das sieht richtig gut aus so. Habe ich da überhaupt genug Stufen für? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wäre dann hier die letzte Schiene. Sind wir da ein bisschen nah vorm Tor? Wäre es besser, wenn wir es so machen würden? Dass wir hier so unten... Ja, das sieht besser aus. Das heißt, wir nehmen diese hier wieder mit und müssen eben das Ganze 1 nach hinten verlagern. Naja, was soll's. Wir haben jetzt hier Double Steps. Man könnte das auch besser machen. Wir machen das sogar, komm. Wir machen jetzt hier und so. Weil man kann ja auch Half Steps inzwischen an die Decke setzen. Und das mache ich, weil dann brauche ich nämlich nicht so viele Half Steps. Wenn ich jetzt hier so setze... Genau, jetzt haben wir sie nämlich hier. Das heißt, ich muss das jetzt auch hier machen und hier und hier. Zack. Äh, nein, halt. Wir müssen sie an die Decke hinsetzen. Wunderschöner Lighting Bug auch hier wieder. Ähm, ja, jetzt haben wir natürlich ein bisschen verkackt. Äh, lass mich hier raus. Aber immerhin, wir sparen so eine Menge Half Steps, Leute. Das ist in jedem Fall besser. Zack. Und das wird man nachher auch nicht sehen. Nö, das wird man nicht sehen, wenn jetzt hier noch eine Half Step hinkommt. Hey, perfekt. Da sparen wir eine Menge, du. Da sparen wir echt eine Menge. So. Wie mache ich das jetzt hier? Muss ich mich jetzt hier in die Wand reinhauen? Ja, geil. Aber besser, besser das als Half Steps verschwenden, weil das geht überhaupt nicht. So. Zack. Nein. An die Decke hin. Genau so. Ich komme nicht mehr raus. So eine Scheiße. Ich muss hier die halbe Wand kaputt hauen, nur damit ich hier lebendig rauskomme. Und das war es mit unserer Spitzhacke. Schön. So. So. Und wisst ihr, was jetzt los ist, Leute? Wir kommen hier nicht mehr raus. Aus dem einfachen Grund setze ich jetzt hier eine Erde hin und dann kommen wir raus. So. Und hier kommen wir auch nicht wieder raus. Ach ja. Was macht man nicht alles, um Half Steps zu sparen? Hm. Relativ viel, wenn ich mir das so angucke. Dann gehen wir jetzt hoch, holen uns den restlichen Cleanstown. Die Half Steps müssten jetzt reichen, weil wir haben jetzt hier ordentlich Sparmastnamen gemacht. Und ich brauche eine neue Spitzhacke. Es wird echt Zeit, dass wir Diamantfarmen gehen. Es wird echt Zeit, dass wir uns in die Tiefe graben. Es wird echt Zeit, dass ich auch wirklich mal das mache. Und nicht immer nur sagen, tu, dass es echt Zeit wird. Haben wir noch Schneerstein? Habe ich gerade mitgenommen. Gut. Ja, die zwei, die wird es dann noch braten. Ich hoffe einfach mal, dass das Ganze wirklich reicht. Weil ansonsten, ich habe keine Lust, jetzt nochmal hochzulaufen. Es wird Zeit, dass wir hier unten, habt ihr das gehört? Es wird Zeit, dass wir hier unten mal unser eigenes Crafting Table bekommen. So. Hier haben wir natürlich verkackt. Da müssen wir jetzt hingehen und das hier füllen. So. So. Drei können wir auch noch hier. Halt die Schnauze, blödes Monster. Jetzt können wir nämlich die hier wegmachen. Und tadaa. Wir haben hier eine Half Step Treppe, die nicht aus Half Steps besteht. Das ist richtig cool, Leute. Das heißt, wir müssen jetzt auch hier weghauen. Und uns hier nach unten gesellen. Dann müssen wir da oben alles mit Cubbles dann auffüllen und hoffen, dass nicht wieder irgendein Enderman kommt und denkt, da können wir mitnehmen. Ja, das ist schön. Von wegen, meine Freunde. Das sind meine Half Steps. Die gehören mir. Und nur mir. Auch hier müssen wir uns wieder durchkramen. Das ist doch bescheuert. Das kostet doch nur wieder Stein ohne Ende. Tatsächlich ist es so wunderschön ausgehöhlt hier unten. Aber besser Stein als Half Steps, weil ich glaube, Half Steps sind ein bisschen teurer als Stein. Hier hat man so wieder einen Stein auffüllen. Ich glaube, da wären wir teurer dabei, wenn wir das Ganze mit Half Steps machen wollten. Zack. Und hier können wir wieder normal mit Half Steps bauen. Das lassen wir jetzt einfach mal auf. Das heißt, bis hier können wir ja zumachen. Ich habe keine Half Steps mehr. Ja, drei müssen wir noch machen. Verdammt. Aber immerhin das hier. Ah, nee. Hier. Guck mal. Half Steps ohne Ende. Da haben wir den Krösus wieder. Ein Glück, dass ich das gemacht habe. Ansonsten müssen wir jetzt nochmal welche hinterher craften. Gut, hier das sieht gut aus. Hier können wir auch noch jeweils zwei Fackeln hinmachen. Und sobald man hier durch dann gucken kann, so ins Wasser und so, das sieht glaube ich richtig gut aus. Half Steps brücken. Nicht schlecht, du. Auch hier das müssen wir weghauen. So eine enchantete Dinger wäre aber auch mal cool, du. Dann graben wir uns hier rein. Das hat gerade Minecraft anzuleggen. Das ist jetzt hier los. Und dann können wir nämlich auch hier, machen wir es diesmal mit Erde. Wir machen es mit Erde, Kinder. Okay. Und hier durch und hier durch. Und sonst haben wir wieder den Lichtpack weg. Welch ein Wunder. Und jetzt können wir nämlich hier durchgehen, genauso wie ich es mir gedacht habe. Decke, 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 Decke. Perfekt. Hier durch, hier hoch, drauf, das hier weg. Und wenn wir jetzt hier noch Half Steps hinsetzen, dann haben wir das Ganze mit halb so viel Half Steps. Ne, wir haben uns sicher ein Drittel Half Steps gespart, denn mehr hätten wir nämlich auch nicht gehabt. So, jetzt können wir hier reingehen und das Ganze noch ein bisschen auskleiden. Hier muss einer hin. Und hier. Genau. Und hier muss noch einer hin. Und wenn ich jetzt hier noch einen Half Steps hinsetze, dann ist es so, als wäre nie was gewesen. Perfekt, Leute. So baut man also Half Steps Treppen, die man nicht zieht. Klasse. So muss sein. So, die Frage, ob wir hier auch noch Half Steps hinsetzen, aber wir haben nur noch zwei. Das heißt, die Frage hat sich eigentlich ja übrigt, bevor sie sich gestellt hat. Hier ist auch alles soweit, dass wir jetzt hier Lava reinziehen könnten. Sehr gut. Die werden wir dann hier an die Wandrand setzen und dann hier auffüllen, denke ich mal. Wir könnten das auch noch eins nach hinten erweitern. Ne, wir machen das nur so und dann geht das hier so runter. Ich glaube, das passt dann schon. Gut, dann sind wir hier jetzt soweit fertig. Dann kümmere ich mich jetzt hier um das nächste. Da brauchen wir ein bisschen Sand für, aber das haben wir ja auch. Und zwar kann man ja jetzt neuerdings verschiedene Sandstone-Texturen quasi verwenden, indem man verschiedene Sachen mit Sandstone-Crafted. Und das werden wir jetzt einfach mal ausprobieren. Aber erst müssen wir ein bisschen Cobblestone entfernen. Boah, haben wir noch Truhen über? Immer nicht. Gar nicht gut. Ah, wir haben noch Holz im Moment. Gut, dann craften wir uns mal hier noch schnell zwei neue Truhen. Auch wenn das jetzt voll die Verschwendung ist. Zack, zack. Jetzt müssen wir was loswerden. Da hatten wir die Samenpfehl los. Und dann setzen wir uns nämlich hier jetzt nochmal eine Truhe hin, wo wir... Bin ich jetzt total Banane? Na, super. Dann setzen wir uns nämlich hier nochmal zwei Truhen hin, in die wir Cobblestone rein tüten können. Bevor wir hier weiter rumbauen, ist das glaube ich die schnellste Alternative. Button, bye bye. Zack. Jetzt können wir den Button wieder aufnehmen. Zack. Und jetzt kommen wir hier, Cobblestone rein tüten. Ich will Cobblestone nicht schon wieder haben. Eigentlich, dass ich mal noch eine oberirdische Monsterfalle bauen will. Schon wieder einen Plan verraten. Sonst hätte ich jetzt echt ein Problem. So. Was kann man? Man kann auch verschiedene Sachen mit den Dingern jetzt machen, ne? Ich glaube, wenn man vier hat, kann man sie nochmal anordnen, dann kriegt man eine andere.